Es kam als Schock. Justin Bieber kündigte eine Musikpause an, aufgrund von tiefgreifenden Problemen. Und doch, seine Fans scheint eigentlich etwas anderes viel mehr zu interessieren. Und wir vermuten schon lange, dass da etwas im Argen ist. Und nun ist es offiziell. Justin nimmt sich eine Auszeit. Und der Grund ist, wie erwartet, seine Frau Hayley. Und doch sind wir uns nicht sicher, ob das nun Grund zur Freude ist oder nicht. Sollen wir gratulieren oder uns Sorgen machen? Bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt! Zweifelsohne! März war der Monat emotionaler Geständnisse Justins. Alles begann mit seinem Instagram-Post, in dem er mit uns über seine psychische Gesundheit sprach und veröffentlichte, dass er in der letzten Zeit viel zu kämpfen habe, sich emotional oft sehr taub und schlecht fühle und er bat seine Fans, sogar für ihn zu beten. Und später veröffentlichte er einen berührenden Post, in dem er erläuterte, weshalb sich sein neues Album verzögere. Spätestens seit seinem Interview mit der Vogue wissen wir um Justins geistige Gesundheit und seine Kämpfe mit Depressionen. Auch in seinem neuesten Instagram-Post spricht er offen darüber, wie sehr er in seine letzte Tournee psychisch mitgenommen hat. Nachdem er die letzten 14 Konzerte seiner Purpose-Tournee aufgrund von psychischen Problemen absagen musste, beschloss er schließlich, sich dem Problem zu stellen und kündigte an, sich nun endlich um seine tiefgreifenden Probleme zu kümmern. In diesem Zusammenhang sprach er auch davon, dass er dies besonders deshalb tue, um seine Ehe aufrechtzuerhalten und um der Vater sein zu können, der er sein möchte. Genau! Ihr habt richtig gehört! Um der Vater sein zu können, der er sein möchte. Was hat das zu bedeuten? Gibt es da etwa ein Baby, von dem wir bisher nichts wussten? Justin, was ist das für eine Art, Nachwuchs anzukündigen? Doch könnten Kinder auch der Grund für die Trennung von Justin und Selina sein? Wir erinnern uns, dass es damals auch schon Gespräche über möglichen Nachwuchs der beiden gab. Wer weiß, vielleicht war Selina nicht mit Justins Familienplanung einverstanden, weshalb er sie wohl oder übel verlassen musste, um jemanden anderen für seine Zukunft zu finden. Klingt plausibel, oder was meint ihr? Aber um ehrlich zu sein, der Kinderwunsch des Paars kommt nicht gerade überraschend. Schließlich hat Justin schon oft darüber gesprochen, dass er gern Jung Vater werden will, um eine ähnlich gute Beziehung zu seinen Kindern zu haben, wie er sie mit seiner Mutter hat. Wir erinnern uns, seine Mutter war 17 Jahre alt, bei Justins Geburt. Und 2011, in einem Interview, erwähnte er, dass er plane, im Alter von 25 oder 26 Jahren Kinder zu haben. Und nun ist er 25, was sagt uns das? Und so sind wir nicht wirklich überrascht über die Neuigkeiten von möglichem Nachwuchs, obwohl wir uns natürlich fragen, ob das, gegeben vom psychischen Zustand Justins wirklich so eine gute Idee ist. Als Justin 2011 gefragt wurde, wo er sich in fünf Jahren sehe, antwortete er, ich würde gerne verheiratet sein oder zumindest im Begriff sein, eine Familie zu gründen. Ich möchte schon Jung Vater werden, ich möchte getan haben, was ich schon immer tun wollte. Erfolgreich sein, einen Film produzieren oder was auch immer. Aber wenn es der richtige Zeitpunkt ist, würde ich gerne im Alter von 25 Jahren verheiratet. Und 2013 erwähnte er in einem Interview, dass er kaum erwarten könne, eine Frau und Kinder zu haben. Heute ist er 25 und verheiratet, sodass nun nur noch die Kinder fehlen. Und Gerüchten zufolge spricht das Paar sogar schon über Kinder und sie sind sich einig, dass Familienplanung für sie eine Priorität ist. Und doch wollen die beiden bereit für Nachwuchs sein und das beinhaltet neben einem eigenen Haus der Ehe auch Justins psychische Gesundheit. Auch Hailey äußerte sich über ihre Babywünsche. In einem Interview mit der Vogue Arabia etwa sprach sie darüber, wie sie es kaum erwarten könnte, endlich eigene Kinder zu haben und wie dies nun durch ihre Ehe mit Justin näher rücke. Aber nicht allzu nah, wie es scheint. Denn die kirchliche Trauung wird weiterhin nach hinten verschoben, inzwischen sogar schon zum dritten Mal. Oder ist das, weil Hailey bereits schwanger ist? Ihr Bauch sieht in diesem Bild, das Justin von ihr postete, doch noch ziemlich flach aus, oder? Aber nun zu euch. Was denkt ihr? Legt Justin wirklich eine musikalische Pause ein, weil er Vater wird? Glaubt ihr, Hailey ist tatsächlich schon schwanger? Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, um alle Neuigkeiten zu erfahren.